So wie ich das sehe, wirst du hier entweder flach gelegt oder umgelegt. Worauf werden wir? Hoffentlich ersteres. Warum lockst du Judy nicht? Die Tiger Claws arbeiten mit Arasaka zusammen. Vielleicht hat mir jemand gute Laune. Besonders vor Arasaka. Braucht sie was Besseres. Die ganze Scheißsituation stinkt gewaltig, wenn du mich fragst. Da hat aber jemand gute Laune. Man wird schließlich nicht jeden Tag von einer Halbwirntoten auf eine Notenjagd in den Pumpe geschleift. Also ich habe richtig Spaß. Glaubst du, die hat gelogen? Warum? Oh. Einmal weggedreht ist er direkt weg. Mann, ich wollte es eigentlich hören. Warum? Mann. Ich dachte, der kommt mit. Clouds, Clouds. Naja, vielleicht taucht er ja zwischendurch wieder auf. Willkommen im Clouds, wo wir genau wissen, wonach Sie suchen. Bitte verbinden Sie sich mit dem Terminal. Ich suche eine Evelyn Parker. Verdammt. Müsste ein... Kann ich das noch machen? Nein, schade. Ihr wisst, warum ich hier bin. Wie funktioniert das? Ich suche eine Evelyn Parker. Arbeitet sie hier? Hm. Einen Moment bitte. Das müsste sie doch eigentlich wissen, oder? Ich will trotzdem Evelyn. Ich bin keine Kundin. Ich will nur mit ihr reden. Mehr nicht. Bitte sorgen Sie sich nicht. Ihre Puppe redet mit Ihnen über, was auch Sie wollen. Oh Mann. Blinken Sie sich bitte. Du verstehst nicht, was ich will. Sorry, hat sie endlich was Nützliches gesagt? Nope. Scheiß aufs Menü. Lassen wir die Kellnerin sitzen und bringen unsere Sonderbestellung direkt zum Chefkoch. Soll heißen? Geh als Kundin rein und halt dich bedeckt. Die wollen nicht, dass wir ihnen in die Karten gucken? Dann spielen wir eben unser eigenes Spiel. Ja. Ist wahrscheinlich die beste Idee. Hierbei handelt es sich um eine Leibwitzung. Es kann also unerwartetes passieren. Hören Sie aber nicht gleich auf. Ihnen könnte etwas Wunderbares entgehen. Ich bin gespannt. Wenn Sie für das, was auf Sie zukommt, nicht bereit sind, können Sie jederzeit abbrechen. Cool. Wie lautet Ihr Safe Word? Afterlife. Samurai. Samurai. Und gespeichert. Bitte warten Sie einen Moment. Ich scanne Ihr Profil. In einigen Sekunden sollten Sie kompatibel Puppen sehen. Das ist ein Lade, Dings. Mhm. Oh, Azure ist ja auch hübsch. Aber die raucht. Die stinkt bestimmt. Sky. Mhm. Ah ja. Sky oder Angel. Zwei Treffer. Interessant. Ist das nicht normal, oder? Was heißt schon normal? Sie sind eben einzigartig und haben einen besonderen Geschmack. Mhm. Das ist ja schön. Angel oder Sky? Äh. Gib mir die Frau. Ich nehme lieber Sky. Eine ausgezeichnete Wahl. Dieser hübscher auch ist als er. Und dann füllt das Cloud sie in den Himmel. Ausklinken. Ich will nicht bezahlen. 500 Dollar, Mann. Ich hoffe, die kriegt es zurück. Hier, bitte. Guckst du mich so an? Die Zahlung ist abgeschlossen. Sky ist ganz schön teuer. Der ganze Stock steht Ihnen zur Verfügung. Falls Sie zunächst entspannen möchten. Kai erwartet Sie in Kabine 9. Verbindung bitte trennen. Das war's. Ähm. Wir haben strenge Vorschriften, was Waffen angeht. Bitte lassen Sie alle gefährlichen Gegenständen bei mir. Da ist eine Menge. Verstaue deine Waffen. Ah. Ich glaube, die Beine wären noch richtig gut, ey. Gabine 9. Okay, hier sind überall Kameras. Kann ich die ausschalten? Oben Polen. Oder Oben Polen verstehe ich ein bisschen was anderes. Mach ich einfach mal. Guck mal, was passiert. Also sie sieht aus, aber... Ich weiß nicht, ob das noch hilfreich ist. Muss ich was tun? Ich mein, ich kann's. Ich kann's halt, ne? Sicher ist sicher. Oh, das ist auch noch eine. Ich mach keine Kameras. So. Ja, schöne Bude hier. Ohne ein gewissen Hirnparasit hätte ich sicher mehr Auswahl. Stimmt, liegt Geschirr an dir. Da sagt er nix mehr zu. Wollte grad sagen, wie ist es hier überall nass? Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Okay, das ist mir irgendwie gut. Hier auf die Fresse wollen. Okay. Ich geh mal zu Sky. Ich bin Sky. Und du musst Valerie sein. Jo. Das ist ja sehr karg hier. Hm. Irgendwie. Wie, nur wie. Mein echten Namen dürfen nur Leute sagen, die ich gut kenne. Okay. Wie. Das könnte interessant werden. Irgendwie kann ich mich... Hallo? Jetzt. Hm. Das könnte interessant werden. Okay, wie. Du stirbst also. Warte. Saurei! Woher weißt du, dass ich sterbe? Woher weißt du, dass ich sterbe? Wahrscheinlich durch den Direct-Link. In deinem Inneren. Fürchtest du es? Versteckst dich vor der Furcht? Tschau, hier besagt ich auch hier? Und also, was kümmert dich? Von all den Stimmen in deinem Kopf schreit die Lauteste nach Hilfe. Zieh dich um. All das kommt aus dir. Ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Hat hier mal gearbeitet. Weißt du, wo sie ist? Du willst antworten. So viel ist klar. Nur nicht die, die du zu brauchen glaubst. Ich hab dir eine einfache Frage gestellt. Evelyn Parker. Sie ist nicht das Wichtigste, nach dem du suchst, oder? Ich rieche deine Angst. Du fürchtest dich vor etwas anderem. Ja, vor dir. Oder Johnny. Ich dachte, hier werden mir meine tiefesten Wünsche erfüllt. Fürchte ich mich. Sag mir, wo Evelyn ist. Antworte einfach. Sag mir, wo Evelyn ist. Ich hab keine Zeit zum... ...philosophieren. Warum sagt mir die Managerin, dass sie hier nicht mehr arbeitet? Wann war sie zuletzt hier? Weißt du irgendwas? Evelyn hatte ihre eigene Geschichte, ehe sie mit deiner kollidierte. Aber ich weiß, du wirst sie finden. Du kriegst immer deinen Willen. Mhm. Das ist sehr, sehr hilfreich. Sprichst du nur in Rätseln, oder was? Ich kann dir nicht helfen, wenn du keine Hilfe willst. Und was jetzt? Meditation? Ja, für meine 500 Dollar will ich auch irgendwas haben, ne? Ähm. Ich bin gestorben und jetzt sterbe ich wieder zufrieden. Dieses Gespräch werde ich nicht führen. Ich bin allein, sonst keiner übrig. Gute Frage. Ich mein, so alleine ist sie jetzt auch nicht, aber Jackie ist tot. Ich fühl mich schon ein bisschen alleine. Ich hatte mal einen echten Freund. Jetzt ist er tot. Und bald bin ich das auch. Nur werde ich allein sterben. Alles, was du brauchst, trägst du bereits in dir. Äh, Johnny wird mir nicht helfen. Was ist daraus geworden, die Beste in Night City zu werden? Das will ich immer noch. Das war pure Fantasie. Vor kurzem wollte ich das wirklich noch. Aber dann ist alles schief gelaufen. Hab wohl in meiner Fantasie gelebt. Ich wollte nur, dass die Welt weiß, dass ich hier war. Dass ich was bedeutete. Statt deines Traums durchlebst du einen Albtraum. Du hast Angst, ausgelöscht zu werden. Als hättest du nie existiert. Oder ist es nur die Angst, jemand anderes zu werden? Anders als jetzt. Tod ist Tod. Wenn du drauf gehst, heißt es Game Over. Das kannst du nicht mit Sicherheit sagen. Selbst wenn du es schon erlebt hast. Glaub mir, ich war da. Und es ist scheißlangweilig. Aber seitdem trauerst du um das, was war. Und was sein wird. Ich trauere nicht. Trauer ist gar kein Ausdruck. Hm. Jetzt sind meine 500 Dollar dran. Und das wäre, sagst du es mir? Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City. Und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und das wird es auch jetzt nicht. Aber wie halte ich Schritt mit allem, was sich verändert? Das tust du doch schon. Du hast etwas bewirkt. Nichts, rein gar nichts auf dieser Welt, befindet sich nicht im stetigen Wandel. Das trifft auch auf dich zu. Blick nie zurück. Wenn du töten musst, töte. Wenn du alles niederbrennen musst, lass es brennen. Danke. Für alles. Oh Mann. Ich will jetzt nicht mal aufstehen. Wollen die wenigsten. Aber alles hat ein Ende. Wow, das war echt deep. Das lief nicht wie erwartet. Danke für das Gespräch. Das hat gut getan. Mir geht in letzter Zeit viel im Kopf rum. Aber das war anders. Was Neues. So ist es eben hier im Cloud. Ich verstehe, warum die Leute herkommen. Aber ich bin wegen was anderem hier. Evelyn Parker. Was weißt du über sie? Nicht viel. Jeder hier hat seine eigene Kabine. Eigene Probleme. Ist in einer eigenen kleinen Blase. Es ist ein zerbrechliches System. Leute wie du spazieren hier rein. Wollen es zerstören. Vergiss es. Ich brauche deine Hilfe, bitte. Du siehst gut aus. Wäre doch schade, wenn sich das endet. 900 Dollar. Ich bezahle dich für Informationen. Du musst mir helfen. Bitte. Ich habe die schon 500 Dollar bedroht. Und sie steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Ich will nur, dass es ihr gut geht. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Dieser Job ist nicht gerade der sicherste auf der Welt. Einen Tag bist du drin. Am nächsten weg vom Fenster. Ist hier in letzter Zeit was Ungewöhnliches passiert? Okay. Ich habe gehört, ein Kunde hat sie schlecht behandelt. Mehr weiß ich nicht. Hm. So Zeug passiert hier dauernd. Öfter als irgendwer hier es zugeben würde. Du solltest mit Tom reden. Die beiden waren unzertrennlich. Immer am Tuscheln. Ein Kunde hat sie angegriffen? Ich glaube schon, ja. Er ist echt aus dem Ruder gelaufen. Sicherheitsleute sind reingestürmt. Danach war es ruhig. Hier kommt man nicht her, um Fragen zu stellen. Du hörst nichts. Siehst nichts. Und hältst den Kopf unten. Wo ist es passiert? In ihrer Kabine. Ich sagte doch, es war ein Kunde. Willst du nur so dastehen oder sagst du mir auch die Nummer? Die L. Ist die Kabine gerade besetzt? Nein. Ich glaube, die ist seitdem außer Betrieb. Ich muss irgendwie in die Kabine kommen. Ach ja? Und dann was? Geht dich nichts an. Kannst du sie öffnen oder nicht? Sicher. Aber lass mich bloß in Ruhe. Rede mit Tom. Wer ist Tom? Eine Puppe. Wie wir alle. Was dachtest du denn? Ein Expedista? Wo finde ich ihn? VIP-Bereich. Kabine 2, glaube ich. Danke. Siehst du? Warst ja doch ganz brauchbar. Immerhin doch noch was erfahren. Ohne 900 Dollar auszugeben. Aber das war irgendwie sehr deep gerade ihr Gespräch. Was ist das hier eigentlich? Kann ich das mitnehmen? Ah, Cola. Nice. So. So wirklich. Okay. Vielen Dank.